Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Time at Sandrock. Wir sind jetzt hier gerade im Forschungszentrum, welches, wenn man es mit My Time at Power Shop vergleicht, doch etwas traurig aussieht. Es ist etwas klein. Es ist unscheinbar. Aber okay, wir reden mal mit Key. Hi. Hi. Director of the Research Center. Okay, er ist anscheinend der Inhaber hier. Ja, äh, coole Krawatte. Richtig krasser Typ. Die Flecken, womit sie reingesteckt ist. Gut designt. Äh, ein neuer, äh, Baumeister. Äh, warum wurde ich darüber nicht informiert? Okay, er scheint echt begeistert zu sein. Ah, eine Datadisc, also eine Daten-CD. Äh, erlaube mir jetzt hier mal zu erklären. Ähm, Datadiscs are the type of storage medium made of multiple layers of... Oh Gott, ja, okay. Äh, why may of them don't contain anything useful? Some have to without our old verbal damage structures. Okay. Das sind halt eben, da erklärt uns, dass diese komischen CDs, die wir gefunden haben, halt aus der alten Kultur, Hochkultur stammen. Einige davon denen sind halt ziemlich nutzlos, aber andere, äh, beinhalten wichtige Informationen, ähm, wie damals große Maschinen oder ähnliches gebaut wurden. Äh, now granted, äh, we are not at teaching the problem enough to exact and replicate of the disk, but, äh, with the builder help, we can get ready close. Datadiscs help me create diagrams of new machines. Okay, ähm, es ist schwer, halt eben diese alten Maschinen nachzubauen, aber mit diesen, äh, Datadiscs kommen wir relativ nah dran. Und wenn wir auch noch ein bisschen Hilfe von so ein paar Ingenieuren, beziehungsweise, ähm, Handwerkern haben, kommen wir halt eben auch schon relativ nah an die alten, äh, Baueinrichtungen ran. Und mit Hilfe dieser Datadiscs kann er halt eben auch neue Baupläne erstellen für uns. I keep a collection of diagrams plus potential, äh, future plans with all the time. So if you need build something that is not in your handbook, talk to me. Bring me Datadiscs and I will give you new diagrams. Äh, simple enough. Okay, gut, ähm, er hat, äh, er führt eine Collection, also er hat ganz viele Bauanleitungen und auch schon so angefangene Bauanleitungen und will mir in ein paar Datendisks bringen, kann er die eventuell kompletieren und dann können wir bei ihm uns quasi neue Bauanleitungen dann später holen. Also, ja, wir geben halt eben Datadiscs und bekommen dafür Bauanleitungen. So, okay, und ich soll wiederkommen, wenn ich mehr von diesen, ähm, CDs habe. Und ich habe ein krasses Level abbekommen, wofür auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall. Und, äh, Geld und... Und der Schalte auf Braveer Giants. Mission complete. Nice. Hi. Was ist? Äh, wenn es nichts gibt, dann, äh, bist du mir im Weg. Research. Oh, wir können Sachen bauen lassen. Eine Fortune-Mission. Äh, machen wir einfach mal. Haben wir? Ne, wir haben nicht genug Datadiscs. Schade, wie viel haben wir denn jetzt? Habe ich denn jetzt alle gegeben, die wir haben, oder? Wir haben vier Stück. Okay, wir brauchen noch zwei, dann können wir, äh, was Neues erforschen lassen. Mal gucken, ob wir die zusammenkriegen. Goodie. Äh, so viel dazu. Ähm, dann schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was, was wir uns angucken können, denke ich mal. Ähm, ich habe nämlich jedenfalls noch so ein paar Markierungen. Elsie, was geht? Hi. Ah, I wish there was more excitement. Ähm, okay, around here. Why can't we go on the edge of the Paris-Prefrees or something? Okay, sie möchte, dass es hier mal ein bisschen spannender zugeht und so. Ähm, ich guck mal ganz kurz. Hier scheint irgendwas zu sein. Da sollten wir vielleicht mal hingehen. Glaub ich. Alter, wie groß die Map ist. Auch nice. Gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall so eine Hauptstraße. Geht's noch weiter? Okay, wir gehen da einfach mal hin. Das sieht so spannend aus. Hier sollten wir eigentlich auch noch hingehen. Zu dieser Commission. Aber ich möchte erst mal schauen, was hier ist. Man möchte ja nicht hier so nur nach, äh, Plan F gehen. Wobei da sogar zwei Sachen angeblich sein sollen. Wir rennen mal hin. Amira, hi. Oh, ich habe schöne Haare. Alles klar, Amira. Ich werde mich hier sowas von verlaufen. Mal gucken. Ich glaube, in der Demo werde ich mich hier nicht zurechtfinden. Also im Laufe der Demo. Aber dann im Let's Play. Okay, das, äh, fertige Spiel soll ja erst nächstes Jahr rauskommen. Ähm, der Early Access generell soll, soweit ich weiß, dieses Jahr schon starten. Meine Meinung zu Early Access ist, glaube ich, schon relativ bekannt. Ich bin davon nicht immer ganz so begeistert, aber es sieht hier schon sehr fertig aus. Also es ist schon eine sehr gute Sache generell. Was gibt's denn jetzt hier? Ähm, soll ich hier runter? Nee, wo soll ich denn hin? Soll ich hier rein? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Angeblich soll hier unten was sein. Aber da ist doch gar nichts, oder? Äh, ich gehe mal hier rein. Ah, ich glaube, ich bin nicht ganz richtig. Es gibt so viele Ebenen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Das ist ein bisschen verwirrend alles. Na, schauen wir mal. Äh, Wearing Sandgear will help you resist the negative effect of Sandstorm. Okay, es gibt anscheinend auch noch extra Aufsichten hier. Okay. Ähm, mit dem Sandsturm gibt es anscheinend noch extra so Ausrüstung, die einem helfen, den Sandsturm so zu überstehen. Mal ganz kurz gucken, ist da irgendwie... Oh. Krasser Typ. Da hinten ist ja richtig was los. Hey, Baumeister! Was machst du denn so weit weg von deiner Werkstatt? Das ist nicht sicher hier. Ähm, for some of the reason, this lizard folgt. Okay, die komischen, ähm, lizards, also diese komischen Echsen da, sind, ähm, in letzter Zeit öfters mal in unserem Territorium und machen hier ein bisschen Stunk. Ähm, all things picking a structure all over. I feared death in messing with our bitch here. Okay, die machen hier ein bisschen Stress auf der, ähm, Brücke. Ähm, sie nennt sich selbst die Geeklers. Ähm, them acting on the board couldn't have done the worst time. Lights, äh, knows we've got enough worry about Logan. Okay, wir haben eigentlich schon genug Ärger mit dem Logan und die machen hier auch noch Stress. Okay, sei gewarnt. Ähm, am besten, wir halten uns hier, äh, echt gut fern mal. Okay, wir sollen uns fernhalten von hier. Ähm, sonst noch irgendwas? Okay, ein piece and easy ist, also kann ich ja nicht hingehen und ein bisschen rumstängern? Ich hab mal einen coolen, äh, Stone Deggers. I will try. Und die sind Level 17. Oh mein Gott, okay. Ähm, okay, bye. Verfolgt er mich? Nee. Okay. Okay, die machen hier ein bisschen Stress auf jeden Fall. Ich glaub, ich hätte nicht auf benutzten, ähm, Bahngleisen rumlaufen. Was ist jetzt hier eigentlich? Ich sag, wow, no! Ich bin hier voll reingefallen, dass... Oh Gott, das schimpft er mit mir, oder? Nee. Schaut euch und das schimpft mit mir. Ähm, I'm quite a little bit confused. Hier ist noch irgendwie was. The Gift of Water. Da gehen wir mal auch noch hin. Hallo Burgers. Oh, ich hab ihn geschubst. Naja, egal. Ist noch Burgers. So, ähm... Wir gucken mal. Quack, quack. Ähm... Tier scheint nicht zu sein. Äh, hat aber sehr viel Wurst und Brot. Und... Generell, äh... Er hat hier sehr viel Essen. Bro! Und natürlich auch viel Wasser. Da lebt ein richtig guter Typ. Richtige, maximale Gönnung bei dem. Aber so richtig. Ja, 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 ne? Manche sind gleicher als andere. Aber das war nicht irgendwie... Ich dachte irgendwie, dass ich hier... ...ne Quest aktivieren könnte. Aber offenbar... ...nicht. Sieht einfach so aus, als ob es gehen würde. Anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir einfach mal drunter und installieren diesen lustigen Kran. Ich gebe da Sachen mal nach hier, ne? Ich gucke mal noch ein bisschen um. Vielleicht sehen wir hier noch ein paar Kisten oder so etwas. Kann ich mich hinsetzen? Hui! So. Hui! Juhu! Hui! Jetzt macht es Spaß, hier rumzuspringen. So. Ich möchte mal so eine, äh... ...Ameise mit meinen Deggern zu Deggern. Tschuk, 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 tschuk. Hm, ich mag echt weniger Schaden. Ach, ne, jetzt habe ich... Doch, 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 das geht auf jeden Fall einiges besser. Gut zu wissen. That's nice. Okay. Ähm... Gut. Dann installieren wir mal diesen lustigen Kran, welchen ich in meiner Hosentasche betrage. Hello, me, Anne. Hi. Sometimes, when I finish up a construction, I feel like I'm bringing back to life something from the old world, a distant voice from the past. Hehe. So you ever feel this way. Okay. Wenn sie, ähm, eine neue Konstruktion fertigstellt, hat sie das Gefühl, dass sie halt eben, ähm, etwas aus der alten Welt wieder zu leben erweckt. Als ob sie, also eine entfernte Stimme aus der Vergangenheit, so, ist das für sie. Und das ist für sie anscheinend, äh, super, duper, mega, äh, puper cool. Hi, Peck. Who's packing? Ach ja, Peck, weil der Typ, der seine Unterhosen nicht wechselt, ne? Richtig nice. Strange. Boy. Oh, hier, Sachen nachges... Hier ist Zeug nachgespawnt. Sehr gut. So, ähm... Install. Dann install... Dann installieren wir mal, äh, diesen Aufzug. Ding Dong. Ist gerade 12 Uhr bei uns. Wow. Ah. So, seid ihr jetzt zufrieden? Piep. Yay! We did it! I gotta tell you, those two lifts, oh, your mate, are running like a dream. Looks like Jan finally did something right, hiring to you, äh, the two of you. Maybe we don't have to move out of Sandrock after all. Okay, gut, er lobt uns gerade dafür, äh, also, die lifts, also, die Aufzüge, die wir gebaut haben, die, wie die laufen, ist einfach ein Traum. Und anscheinend hat dieser Jan endlich mal was richtig gemacht, indem er uns beide angestellt hat. Und wie's aussieht, äh, müssen wir vielleicht doch nicht, äh, Sandrock verlassen. Also, die, oh, Reputation und Rocky Relationship ist gestiegen. Und Experience und, oh, I'm a tree. So, äh, well, now me, um, my boys can finally get back into the Aberdown to your Ruine. Okay. Endlich können sie jetzt, ähm, in die verlassenen Ruinen hinein. Anscheinend heißen er von noch verlassenen Ruinen. Und get to the work. So, but you're still way behind of a man and Grota, see, that gives me an idea, you're too loving diving, don't you? Okay, wie diving? Tauchen? Er fragt uns gerade, ob ich gerne tauchen, oder habe ich das gerade richtig verstanden? Ach, ruin diving. Ähm, anscheinend ist das so ein, umgangssprachlich? Eintauchen in Ruinen. Also jetzt nicht tauchen anscheinend, ähm, im Wasser, sondern dass wir, dass man sich quasi durch Ruinen durchgräbt, hindurchtaucht und Sachen sammelt. I think, ähm, I got another way we can both help each other out. You wanna do something digging? Okay. Ähm, Rocky, äh, steht gerade vor, dass er gerade eine neue Idee hat, wie wir uns gegenseitig helfen können, ähm, und fragt uns in einem Clash-Abendzug, ob wir gerne graben. Wir können sagen, natürlich gerne, wir graben gerne, oder wir haben momentan was anderes zu tun, aber hey, wir graben gern. Okay. So, hier ist der Deal. Ähm, die verlassenen Ruinen. Around here are the bride and joy of a fowler sandwich. They hold precious resources. Ähm, no, 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 they open to anyone who can the same, äh, who has the pass. You use and access. Okay. Gut, äh, er hat auch kein Deals genannt, aber er erzählt uns gerade, dass es halt eben in diesen Ruinen mega krasses Zeug gibt. Das ist, ähm, der ganze Stolz, äh, in der Gegend hier. Und man findet dort eben viele, ähm, alte Hinterlassenschaften aus der neuen Welt. Okay, äh, folks, you like a chat pack. Ah, in case you dig yourself into deep, äh, the scanner for finding relics easier. Okay, das scheint ja auch sehr, ähm, ähnlich zu sein wie My Time at Posure. Ähm, also wir müssen halt eben auch, ähm, was bezahlen, um reinzudürfen. Und wir bekommen ein Chatpack, mit dem wir rumfliegen können, wie bei, äh, My Time at Posure. Und auch, falls wir uns mal irgendwie in ein riesiges Loch reingraben und nicht mal rauskommen sollten, können wir damit einfach rausfliegen. Ähm, und wir bekommen auch noch so einen coolen Scanner, womit wir halt eben auch unsere Gegend scannen können und eventuell auch eher so bestimmte Relikte finden können. Also, wie gesagt, wie bei My Time at Posure. Also, sometimes we got hired to civil cops to get through from time to time. Make sure we don't have any, äh, Incidians. Okay. Und manchmal, ähm, wird auch mal die Ziviltruppe hier ange, äh, angefunkt, dass sie mal vorbeischaut, falls es ein paar, nun ja, ähm, Zwischenfälle geben sollte. Also, was auch immer die Zwischenfälle sind, darauf geht er nicht ein. Ähm, ja gut, wir können unsere Pickhammer, also unsere Spitzhackenhammer benutzen, um rumzugraben. Ähm, und können damit auch halt eben Ores, also Erze finden. Cool. Also, neben Relikte gibt's auch Erze. Anything finders keeps down there, but, äh, I got a little, äh, Proportion for you. Okay. Ähm, da unten, ähm, gilt quasi das Gesetz, äh, der Finder darf's behalten. Allerdings hat er dann anscheinend eine, eine kleine, eine kleine Anfrage, eine kleine Bitte an uns. Ähm, since the lift has been out of commission for so long, me and my boys are gonna have to prick our backs to make up the lost time. Okay. If you wanna sell me some of the Ores for next couple days, ähm, I will pay your top goals. Okay. Die haben jetzt halt eben in ihren Bauarbeiten, dadurch, dass dieser Lift so extrem verzögert war, haben die halt eben sehr viel Zeit verloren und müssen sich jetzt richtig abrackern, dass sie, ähm, dieses Defizit an Zeit wieder rausholen können, indem sie ganz viel Erz halt einfach finden. Sie müssen das halt eben alles aufholen und die werden uns sehr dankbar, wenn wir für ihn quasi ein bisschen, ähm, Erz besorgen könnten und sie würden uns dafür auch sehr viel, also sehr gut bezahlen. Ähm, und noch etwas zu bedenken gibt's auch. Ähm, well, ähm, you enjoy yourself. Don't mind anything. It wouldn't mind. Okay. Wir sollen, äh, das geht, wir sollen halt, well, you enjoy yourselves. Don't mind anything. I wouldn't mind. Nein. Okay. Wir sollen nichts abbauen, was er auch nicht abbauen würde. Also, meine Wachtel bespritzen mich gerade mit Wasser. Okay. Woohoo! It's mining time! Okay, wir können jetzt da runtergehen und krass rumminen. Können wir jetzt da irgendwie runter? Wie, 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 wie kommen wir denn da runter? Muss ich hier den lustigen Knopf drücken? Yes! Okay. Take the ground lift. Okay, wir sollen da jetzt anscheinend runter. Gibt's doch irgendwelche anderen lustigen Sachen. Was sagt denn generell so, äh, oh, sie isst was. Sie isst was. Hat sie da ein, ist das, ist das ein Rap? Die ballert sich einfach mal einen geilen Rap rein. Me and, du weißt, was gut ist. Erstmal Rap reinballern und dann abhauen. So denke ich mir das auch. So, ich muss mal ganz kurz überläschen. Ja, ich stelle sie in die Mina rein. Hier oben ist gerade nix zu erledischen, ne? Okay. Wir haben halbwegs viel Platz. Was kostet das jetzt hier? Oh. Geht mal noch ein paar Goals ab für ein paar mehr Slots. Yes, sehr gut. Okay. Gut. Ähm, los geht's, oder? Auf los geht's los. Ab in die verlassenen Ruinen. Das sieht voll krass aus alles hier, oder? Ah, da sieht man auch so die Überreste der alten Zillivisation. Das ist schon krass gemacht. So, ah, wir können dann verschiedene Schichten vordringen. Und wir gehen aber erstmal in Layer, also Schicht Nummer 1. Ich denke, mehr tiefer willkommen, desto krasser und seltener ist das Daff. Okay, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Anscheinend ist das hier ein bisschen anders strukturiert. Als in my time with Posure. Da gab's ja auch so Dungeons. Ist das vielleicht so ein bisschen mehr Dungeon-like? Ich bin mir nicht sicher. Space is used Jetpack. Open the Relict Scanner. Okay, Relict Scanner ist auf F. Wow, your goggle can track buried relics, yellow dots, and secret rooms, purple dots around you. Okay, also, die gelben Punkte sind Relikte und versteckte Räume sind lila Punkte. Ah, the Relict is a Lick that lets you lock... Okay, wir können das quasi jetzt hier durch... Da sind halt eben Relikte versteckt. Ist das ein Relikt? Lots of different items can be found. Okay, they're having a trouble for anyone who needs... Okay, was ist denn das jetzt hier? Copper. Also Kupfer. Natürlich möchte ich auch mal ein bisschen Kupfer abbauen. Dass wir das auch weiterverarbeiten können ordentlich. Kupfer ist wichtig. Boah, es macht so Spaß, Leute. Ich liebe es, Sachen zu sammeln und weiterzuverarbeiten und zu wachsen. Also wenn ihr auch so, ich weiß nicht, so Aufbauspiele mögt. Auch so ein bisschen Story of Seasons, Factory, Harvest Moon, Stato Valley, so in die Richtung. So, das ganze Zeug. Ich glaube, dann ist das hier das Richtige für euch. So, wir drücken nochmal F. Mal gucken, wo sind jetzt hier die Punkte? Da sind nochmal zwei Pünktchen. Kraten wir uns mal durch. Oh, ich habe einen Disk gefunden. Oh. Mysterious Device. Wir haben ein mysteriöses Gerät gefunden. Mission Start. Check Mission Deal. Wir haben anscheinend eine Mission jetzt gestartet. Mining Times. Warte mal, ich bin gerade verwirrt. Ich habe übrigens auch wieder einen Skillpunkt zu verteilen. Jetzt ist soweit erstmal nichts. Ich sehe nichts mehr. Haben wir hier schon alles gefunden jetzt? So ein paar IP. Was gibt es hier? Ah, hier gibt es auch noch so ein bisschen Kupfer. Oh, was liegt denn da auf dem Boden? Das habe ich aber nicht gesehen. Das war ein bisschen versteckert. Was ist das? Was ist das? Das sieht da... Wie interessant aus. Was zur Hölle? Wir kriegen ja auch ganz viele Datadisks und Powerstones. Krass. Wir werden ja richtig zugespammt mit nützlichen Sachen. Bei den ganzen Powerstones. Die sind ja sehr wichtig. Momentan benutze ich ja irgendwie so alten Schrott zum Verbrennen als Energiequelle. Aber die Powerstones, die haben, wie der Name vielleicht schon sagt, viel mehr Power. Ich habe jetzt auch Clay gefunden. Also hier, ähm... Oh, was ist Clay auf Deutsch? Da kann man Zeug draus brennen. Ton. Copper, oh, Powerstones. IP gibt es auch sehr viele. Nice. Das ist der Shit, warum ich das hier gerne spiele. Das ist es. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ob wir da irgendwie in die nächste Ebene kommen, wenn wir das freigegraben haben. I ask myself. Wir haben aber nicht mal so viel Ausdauer. Oh. Damit irgendwas machen müssen. Also Kupfererz haben wir auf jeden Fall schon mehr genug gefunden. Der will ja auch noch 10 Kupfererz von uns haben. Und wir haben jetzt hier schon fast 60. So, noch einmal schlagen geht, glaube ich. Und dann ist aber Schluss hier. Ne, das war es schon. Okay. Coole Sache, Bro. Wie komme ich hier raus? Wie vielleicht? Ja. Cool. Jetzt haben wir richtig viel Kupfer. Da können wir dann ganz viele Kupferbahnen draus machen. Da kann ich dann vielleicht auch eine Legierung zur Bronze draus machen. Und dann bessere Werkzeuge. Läuft. Läuft richtig gut. Gut. Ich bin glücklich. Freer is located north of the three cities. ob wir noch in andere Städte hier gehen können. Ich weiß es nicht. So, wir fahren mal hier hoch. Wir gehen mal hier zum Mr. Rocky. Okay, wo ist Rocky? Rocky ist weit weg. Wo ist Rocky? Da, Rocky. Ach, der wohnt dort. Oh. Oh, was haben wir noch? Hab ich da noch was gesehen? Da, was ist denn da? Mysterious device. Da sollen wir auch noch mal mit jemandem reden anscheinend. Da haben wir noch einiges zu tun, aber es ist schon sehr spät. Da würde ich noch mal eventuell meine bestherigen Gerätschaften befüllen. Und dann eventuell schon ins Bett gehen. Weil viel machen können wir ohnehin nicht. Nee, das ist Sandrock. Ich muss ja zu meiner Werkstatt, die sehr wunderschön aussieht, möchte ich noch mal behaupten. Oh, Mann. So, ja, Bricks können wir ein ganzes Null machen. Hier, Glas. Was? Was gibt's in Kofferbars? Los geht's, ne? Noch ein bisschen was rein. Okay, an die mit. Dann erstellen wir hier ein bisschen Kupfer her. Bei dir? Können wir da auch noch was reintun? Ähm, nee, da haben wir leider nichts. Na gut, ist ja nicht schlimm. Gut, dann brennt der hier mal ein bisschen während des Schlafs und dann ab ins Bett mit uns. Läuft doch super. Und dann gehen wir am nächsten Tag da mal die einzelnen Leute besuchen und geben denen mal den Stuff, den sie wollen. Hab ich jetzt eigentlich noch genug Kupfer übrig oder habe ich jetzt aus Versehen alles abgegeben? Nee, ich hab noch genug übrig. Ein Glück. Ist doch da schon ein Schatz übertrieben. So. Die Musik ist gruselig. Gut. Alles klar. Dann haben wir ja heute auch schon wieder einiges geschafft. Da bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es mit der MyTime at Zendrock Demo ein bisschen weiter geht. Ciao. Ciao.